Hallo Boah, ist ja da der Gespräch Ah, ich bin angerufen, Freunde, sorry Ja, Hallöchen, was geht bei dir? Ja, na klar, was geht? Was machst du Schönes? Oh, schon wieder? Du bist ja schlimmer als ich. Das finde ich aber gut. Das gefällt mir. Ähm, wo bist du denn? Soll ich dir helfen mitschießen? Soll ich dir helfen mitschießen? Ne, schon gut. Ja, nicht so richtig. Nein, ne, ist doch hier. Oh, okay, okay, okay. Ja, aber bist du schon in einer Gang drinne? Wir haben ne eigene, wir sind 15 Leute. Ne eigene Gang habt ihr schon? Wie geht denn das? 15 Leute. Okay. Ne Straßengang. Ne Straßengang? Ja, ich such ne Gang, ja. Wie heißt denn euer Gang? Wir haben noch keinen Namen, aber Herr Mesen, die kleine Diggs hat uns als Gandalf eingefrechtert. Digger. Und mich als Lieder eingetragen bei der Polizei in meiner Aktion. Schon wieder! Kann man dich denn besuchen im Knast? Hä? Kann man dich wo? Komm mal zum Waffenladen. Okay. Ist mit mir? Nein, ich rede nicht mit dir, Junge. Klappe halten, zumachen. Ich rede mit Karten, ich rede mal. Hey, nicht diese Beleidigung. Also bitte, verständnisvoll reagieren. Danke. Ja, Lunix. Ähm, oder Leon. Wir schießen das Denken bei Leuten ab. Okay, ich würde da gerne mitmachen bei der Scheiße. Ich bin immer da zu haben. Also dann komm zum Waffenladen. Abbonation. Alles klar, ich bin unterwegs. Ja, bis gleich. Ja, bis gleich. Ja, bis gleich. So, ich muss noch auflegen. Ja, bis dennne. Ciao. Und übrigens Herr, bla bla bla. Ich möchte bitte dieses Wort nicht mehr mal hören, ja? Dankeschön. Ciao. Mit V. So. Haben wir es ja geklärt. So, jetzt fahren wir mal zum Wappen-Shot. Der ist irgendwo am Arsch der Welt. Hm. Ich glaube, das Auto ist noch haltbar. Weil, wir wissen ja nicht, das haben wir ja gestohlen. Oder uns gebohrt. Ausgebohrt haben wir uns das. Lalalala. Ich finde es halt krass, dass jetzt die Regeln verschärft wurden. Ist halt... Man darf halt nicht mehr abschießen. Ist halt ein bisschen blöd, aber... Naja. Geld dafür, aber... Ich finde eine Erfung, ich habe es ja bezahlt. Hallo, ich bin hier. Moins. Ach, Thompson? Sie sind auch wieder hier? Na, aber klar. Moins. Hallo. Kann mich jemand mitmachen von euch? Doch, ich kann nicht. So, die... Ist das... Du gehörst auch zur Straßengang? Mr. Luke spielt. Alles klar. Schön. Ist das dein Auto, dieses Lila, ne? Nein. Ich habe keine Auto. Ich habe keine Auto. Ich spare auf dem Auto. Okay. Lunex, ist das deine Karre da in Lila? Ähm... Wippel... Oder Leon? Der heißt Alex, Mr. Pig. Ach, das ist doch verflixt. Der Name macht mich wahnsinnig. Ach so, ähm... Luke spielt. Immer wenn du jemandem Geld leist, ja? Nimm das auch. Na, 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 na. Ich wollte dir nur den Tipp geben. Ja. Weil ohne Beweise kannst du das nicht, äh, vorweisen. Und... Ähm... Ich weiß nicht, dass das schon ein Gang-Outfit ist, ne? Von wem denn? Von... Warte, wo ist es jetzt? Ja, von La Familia, Luca. Das scheißegal. Das tragen die Mädchen bei denen, ne? Bei der Woche. Okay, ich bin jung. Dann sollen die sich unten gehen. Hm? Ja, guck ja. Ich glaub eher, dass ihr euch dann kümmern solltet, weil die sind eine offizielle Gang und ihr halt nicht. Ja, klar. Bei der Kürz... Ah! Ey, ihr habt eigentlich schon kurz gesprochen, ob es geht, dass wir noch inoffizielle Gang sind. Was? Da brauchen wir. Hä? So lange will ich gleich anf... So lange ist das okay. Weil da hat der Ding zu mir gesagt. Wie so lange? Ja, das ist... Ja klar ist das okay, aber wenn die in einer Gang-Schießerei sind oder so, und ihr dann angeschossen werdet, dann könnt ihr euch da nicht beschweren, ne? Weil ihr halt... Ja, Wahre. Wahre, guten Tag. Okay, sind wir doch zu viel. Alle WMT, wir schießen jetzt zum Kopf. Das ist SDN. Alles klar. Ah ne, ihr müsst die vorwarnen. Ihr müsst die vorwarnen, dass ihr da schießt. Geist. Händow... Äh... Ich sag auch immer. Erste Warnung. Erste Warnung. Erste Warnung. Dann zieh ich runter und wenn die nicht anhalten, schieß ich auch die. Ja. Erste fällt eine dritte Warnung. Mr. Piepel, komm rein. Ja, ich mach mit. Mr. Piepel, kommst du bei uns rein oder fährst du bei dir mit? Ich fahr beim Tommy mit. Der fährt mir sicher. Okay. Schön. Komm rein, äh... Das war auch der Grund warum wir da noch trafen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ist doch egal. Du fährst trotzdem sicherer als ich. Alles klar, alles klar. Zum Klamm. Warte, 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 warte. Ja, dann nimmst du mir die. Jetzt geh ich wieder in den Knast. Juhuu, ich freu mich. Ab ins Knast. Wuhuu. Äh, äh, Luke, äh Luke. Nicht ram, nicht ram. Luke, kannst du vielleicht einmal ganz kurz ähm... aussteigen und die Tür mal auf, also reinkommen mit. Moinsen. Weißt du was ich grad merke? Nein, ich hab fun. Hey, weißt du was ich grad merke? Der Shop hier kann überfallen werden. Ja, das war ich. Ja, das war ich. Überfallen wir den jetzt. Man darf die tun, aber die kann barrikadieren nebenbei so nach. Plastic surgery is for plastic people. Komm, komm, komm. Plastic people. Oh, schön. Nella. Wenn die Boden kommen, schieß mir die weg. Ja, bleibt einfach. Kommst doch sowieso nicht. Schütz, beschütz mich. Nein, lass mein Auto. Zwei Mann da. Wir erreichen nichts. Du weißt genau, wir schießen die eh wieder ab. Ja, ist klar. Jetzt sind wir ja mehr Leute. Wir wissen, dass sie ja... Wir sind nur drei Kops im Dienst. Ja, aber erst wenn sie aussteigen. Ja. Ja, wir haben sie ja im letzten Aufruf. Äh, äh, äh. Äh, äh, äh. Äh, 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 äh. Die kommen, die kommen, die kommen. Die kommen, die kommen. Mason, einmal bitte weg. Es sind nur zwei Kops im Dienst. Wahre, stopp. Absteigen und wegfahren. Stopp mit was? Gehen sie weg oder wir schießen. Hauen sie ab. Wegfahren oder wir schießen. Okay, ich fahre. Wegfahren oder wir schießen. Ich fahre, ich fahre, ich fahre, ich fahre. Ja, dann abhauen. Gute Idee. Jetzt kommt er gleich mit seinem Kollegen wieder hin. Pass auf. Klar, der macht SOS. Der macht SOS jetzt gleich verhauen. Wir haben nur zwei. Wegfahren oder wir schießen. Wir schießen. Es sind nur zwei. Es sind nur Waffen oder wir schießen. Es sind nur zwei. Es sind nur zwei. Leute, das ist ziemlich komisch. Seit wann tun das Warngräuber anwarnen? Sie schießen. Sie schießen sofort. Nichts. Sehr lustig, Leute. Es ist zu spät. Bleib hier. Bleib hier. Aussteigen. Hier ist jemand gestorben. Ja. Oh, schön. Richtig organisiert war das wieder, Thompson, oder? Mensch. Wallen. 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 Tja. Das war ein Satz mit X. Das war aber nix. Sehr schön. Jo, jo. Die sind auch nicht so gerade der hellsten. Die, die den Laden ausrauben. Am besten in der Stadt. Den Laden ausrauben. Macht voll Sinn. Naja, es sind eh noch zwei Bäume an. Ja, aber trotzdem. Die sind viel besser ausgerüstet als wir. Oder sogar noch eine. Amazing. Jason. Lol. Sind die jetzt tot hier, oder was? Jo. Alles tot. Ja, einer. Wer hat's erwischt? Alle sind weg. Keine Ahnung. Wie heißt der? Ruf Alex an. Ruf Alex an. Jo, ich ruf den mal an. Hier ist er doch schon. Handy des Spielers ist ausgeschaltet. Alles klar. Da ist einer. Da vorne. Einer. Amazing. Moin. Ganz so viel Stress alleine. Ist scheiße. Jungs. 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 Können gleich mal stehen bleiben hier. Hier. Was hab ich denn gemacht? So, Leute. Beides sofort rechts ranfahren. Was hab ich schon wieder gemacht? Ich hab nichts damit zu tun gehabt. Lassen sie mich in Ruhe, Mann. Ja, ich fahr rechts rum. Rechts ran und stehen bleiben. Aber Junge. Ich hab doch nichts gemacht. Ich war auch nur auf dem Motorrad. Ich hab zwei Sterne. Zwei Sterne wieder. Das geht doch richtig gut los, Leute. Zwei Sterne. Junge. Ich hab hier nichts getan. Ich hab nichts gemacht. Nimm die zwei Sterne von mir weg. Das ist ziemlich mies. Mr. Peef. Sie waren da. Mr. Peef. Ja, aber du müsstest Peef. Keine Ahnung, wie sie heißen. Ist egal jetzt. Ich will jetzt endlich mal hier die scheiß Sterne los haben. Ich hab nichts gemacht. Ich saß auf dem Motor. Das haben die selbst gesehen. Das ist doch ungerecht. Lassen sie mich doch in Ruhe. Gehen sie weg. Das kann ich nicht beeinflussen. Lassen sie mich in Ruhe. Gehen sie weg. Hier. Gleich gehts wieder los. Absteigen. Aber ich hab nichts gemacht. Lassen sie mich in Ruhe. Geh mal die scheiß Waffe runter. Du fühlst dich ja nur so stark, weil du eine Waffe hast. Wollen wir einen Mannkampf machen? Dann werden wir sehen, wer der Stärker ist. Schöne wieder. Ich geh freiwillig in dieses Polizeistation. Darf ich das denn? Lassen Sie mich, mein Freund. Alter. Unhöflich. Die Polizei. Ich hab nichts getan. Das ist total... Sie waren dabei, Mr. Peef. Aber das ist doch egal. Ich hab da nichts gemacht. Da war ich halt... Ich hab auch nicht geschossen. Ich hab keine Waffe nicht gemacht. Sie können mich gerne durchsuchen. Mr. Pee. Warum waren Sie denn da? Und sind nicht weggeräumt. Ja, weil ich halt einen Kumpel besucht habe. Und der war halt... Sie besuchen einen Kumpel mit dem Shop Rob. Ja. Das war ja aus Versehen. Das ist aber eine gute Ausrede. Eine neue. Ich war ja halt, ähm... Da halt. Am falschen Ort. Aber... Kann ich ja nichts dafür. Ich wusste nicht, dass Sie den Shop ausrauben. Dreis. Sie waren auch die ganze Zeit dabei. Ich hab's auch gesehen. Und Sie haben sogar... Ihr Kollege Thor auf mich gezielt. Und auf mich geschossen. Ich hab gar keine Waffe, Junge. Ich hab... Und Sie hätten in diesem Moment wegrennen können. Haben Sie aber nicht gemacht, Mr. Pee. Sie sind wieder auf dem Motorrad gestiegen und sind abgehauen. Nein, ich hab nicht mehr... Doch. Ich saß die ganze Zeit auf dem Motorrad. Ohne Scheiß. Ja. Dann haben Sie leider Pech gehabt. Wir machen es mal ganz... Wir sagen es mal ganz einfach. Gehangen. Mitgefangen. Fertig. Und jetzt... Wie lange krieg ich jetzt? Das weiß ich nicht. Wie lässt sich jetzt ein Knast? So Leute, jetzt bin ich wieder im Knast. Na schön. Alter. Ne.